Ja, heute möchte ich einmal die Weltlage darstellen, welche verschiedenen Konzepte für die Zukunft der Menschheit Europas und Deutschlands gibt es denn. Ja, also sozusagen, ich mag selbst ja eigentlich diese Links-Rechts-Lager und Aufteilung nicht so sehr, aber irgendwie ist es doch vielleicht ganz sinnvoll, die doch nochmal herbeizuziehen sozusagen, ja. Hier also sozusagen, wir haben also sozusagen verschiedene Säulen, ja. Wir haben hier Linksaußen, Rechtsaußen, die Linksextremisten, Linksradikalen, da war ja in den letzten Tagen wieder großes Thema, da ging es um das Erschießen des einen Prozents der Reichen. Da zeigt sich, und da zeigt sich auch, dass in der Linken natürlich ein Teil der Mitglieder der linken Partei sozusagen schon mit dem Revolutionsgedanken, also mit diesem Feindbild, mit dem Hass, auf die, dass angeblich die Verursacher des Problems in der Welt, also sozusagen die Bösen irgendwo, manche hier rechtsaußen sagen, dann die Bösen sich verschwörenden Reichen und so weiter. Und hier einfach sind es die bösen Kapitalisten, die man ja vielleicht doch umbringen sollte, so wie man in der Revolution zum Beispiel, dass die russischen Zarenfamilie einfach abgeknallt hat und zusammengeschossen hat. Also das haben wir hier in Teilen der Partei Die Linke, in der SPD haben wir natürlich auch so Enteignungsgedanken, also sozusagen so Bruch des Eigentumsrechts, also wegnehmen, Diebstahl, anderen Menschen was stehlen. Hier will man einmal den Menschen das Leben rauben, Antifa, also am liebsten umbringen und so weiter. Oder wenn man sie schon nicht umbringt, dann will man sie wenigstens bestehlen und meint, das wäre eine Lösung. Ja, dann haben wir hier rechtsaußen, ganz rechtsaußen sozusagen letztendlich, oder ich nehme einfach mal, damit es ein bisschen abwechslungsreicher wird, das andere Bild hier, dann hätten wir hier, also hier hatten wir linksaußen, linksaußen, dann kommt hier rechtsaußen, die Rechtsradikalen. Jetzt habe ich gestern durch Videos hier im Internet gelernt, dass es wirklich sowas gibt, wie in der rechtsradikalen Szene, mir ist das ja völlig fremd, sowas gibt wie das Träumen von einem Tag X, wo so eine Art Bürgerkrieg entsteht, wo dann vielleicht die Ausländer und die Inländer, aufeinander losgehen und was man vielleicht auch begünstigen möchte durch Attentate so, dass es also sozusagen, es gab ja auch so Tendenzen beim Kölner Karneval zum Beispiel, dass Ausländer deutsche Studenten und so weiter angegriffen haben und in Schlägereien verwickelt haben, sollen, das sind so Behauptungen hier aus Videos im Internet und so weiter. Also das heißt, wir haben bei den Rechtsradikalen und ich muss sagen, ich kann es leider auch beeiden, dass es auch innerhalb der AfD sicherlich auch einige Denker gibt, die sagen, wir kommen nicht an dieser gewaltsamen rechtsradikalen Revolution, einem Art Bürgerkrieg, wo wir die ganzen Ausländer totschlagen mit Gewalt und so weiter. An dem kommen wir nicht vorbei. Also das gibt es wohl auch, solche Denker gibt es ganz sicher eben auch, wenn auch vielleicht nur am Rande, auch in der AfD tatsächlich. Ja, das heißt also, wir haben hier, das Bild gefällt mir jetzt nicht mehr, also wir haben hier rechtsaußen hier, also wenn das also linksaußen war, dann ist das hier rechtsaußen als Möglichkeit. Haben wir also da auch wieder diese Gewaltbereitschaft und die sei also wirklich im Rechtsaußenlager, die gehöre zum Wesen des Ganzen, der Glaube, dass man mit Gewalt sich gegen die Untermenschen und gegen die Ganzen, die eigentlich keine richtigen Menschen sind, zur Wehr setzen müsse und die töten müsse und so weiter. Ja, und dann haben wir jetzt hier nach innen hin, ja, also ich gucke gerade mal, ob ich noch ein schönes Bild habe. Auch ja, das ist vielleicht sogar jetzt besser, weil es so ein bisschen auch den Weg zeichnet. Also wir hatten hier einmal linksaußen, dann hatten wir hier rechtsaußen jetzt geschildert und jetzt so links gemäßigt. Ja, da geht es dann um, ja, übrigens linksaußen, da steht im Internet ehesten sozusagen der Sender Mr. Marxismo sozusagen, der steht auch dafür, wo auch dann gerade wieder in einem neueren Video über die Frage der Revolution irgendwie spekuliert wurde und so weiter. Ja, da ist, das ist also sozusagen das Linksradikale und natürlich die Partei Die Linke da zumindest in Teilen, ja, in Teilen. Und ja, und hier in dieser Linksgemäßig, da geht es darum, irgendwie möglichst viel umzuverteilen, möglichst viel von den Milliardären nicht zu erschießen, sondern möglichst viel von denen wegzunehmen durch Steuern, durch Vermögenssteuern und so weiter. Also einfach nur immer das Ziel sozusagen wegzunehmen, zu enteignen über Steuern, also nicht mit direktem Diebstahl, sondern mit steuerlichem Wegnehmen, was natürlich manche auch wiederum als Diebstahl bezeichnen, aber sozusagen wegzunehmen und dadurch immer, immer auch die Gefahr natürlich zu riskieren, hier die Linksgemäßigten sozusagen fähige Leute, kompetente Leute aus dem Land zu treiben, weil ja jedes Land natürlich, jeder Staat, jedes Europa oder der Rest der Welt immer in dem Wettbewerb steht, wo kann ich mit meiner Kompetenz und Fähigkeit mehr Geld verdienen oder dass es mir besser geht und so weiter. Und deswegen gehen viele, auch Unternehmen, Unternehmer und so weiter und auch viele hochgebildete Leute, verlassen angeblich 200.000 Deutsche zum Beispiel jedes Jahr Deutschland und zwar die Fähigsten wandern ab und es wird dann auch überlegt, wie weit uns Hochqualifizierte zuwandern oder eher nur Niedrigqualifizierte zuwandern. Ja und übrigens hier bei den Linksaußen und hier bei den Links gemäßigt herrscht gleichermaßen ein Aberglaube vor, alle Menschen seien gleich, alle Menschen seien Genies, es gäbe ja nicht die Hochqualifizierten und die Niedrigqualifizierten, es gäbe also sozusagen diese Normalverteilung hier, genetisch bedingt die intelligenteren, klügeren und dadurch auch bildungsempfänglicheren und hier die genetisch weniger intelligenten, weniger klugen und weniger bildungsempfänglichen und damit auch weniger bildungsaffinen sozusagen. Das gäbe es alles nicht, also da wird quasi die gesamte Wissenschaft ignoriert und geleugnet und weggetan sozusagen. Ja, das gäbe es ja alles nicht. Das ist also sozusagen, man sagt ja immer so linksaußen, ja Gleichmacherei, aber auch Gleichheitsillusion und so weiter. Die ist in beiden, auch in den gemäßigten Linken als Aberglaube vorhanden, ja sozusagen als antinaturwissenschaftlicher und antwissenschaftlicher Aberglaube. Ja und rechtsaußen, wie gesagt, dieser Aberglaube davon, dass also irgendwie Genetisches total schädlich sei und dass also sozusagen irgendwie irgendetwas Reinrassiges oder Nationales und das Volk sozusagen, hier heißt es ja dem deutschen Volk, also dass das Volk unbedingt erhalten bleiben müsse und dass man den Wert auch gar nicht sieht oder das Problem gar nicht sieht, dass zu wenig genetisches Neumaterial auch sehr schädlich sein kann, sozusagen Inzesttäler in den Bergen und so weiter. Ja, also wenn die genetische Homogenität einer Rasse, eines Volkes, einer angeblichen Rasse, eines angeblichen Volkes sozusagen zu homogen wird, dass das eher schädlich wird, sondern dass es eben, diese Menschen leugnen total, dass es im weltweiten Wettbewerb sogar im Moment geboten ist, dass ja auf dem weltweiten Markt ein Wettbewerb geschieht, wer kann aus der gesamten Welt die beruflich höchst Qualifizierten, sei es, dass es sich um Reiche handelt, um Unternehmer, um Hochqualifizierte, also bildungsreiche Menschen handelt. Und jeder Staat der Erde versucht, die natürlich anzulocken, so gut er kann, weil er eben weiß, dass deren, dass die sich erstens anständig benehmen, dass die sich in den Staat assimilieren und nicht nur integrieren, sondern regelrecht assimilieren und sich auch versuchen einzudenken in die Gebräuche des neuen Landes und so weiter und sich da wirklich anpassen und vollständig assimilieren und da keine Probleme entstehen und dass, wenn es dann zu Mischpaarungen kommt und dann Kinder entstehen und so weiter, dass diese Kinder sozusagen, dass es sich da auch um eine genetische Befruchtung des Genpools der gesamten Bevölkerung eines Staates wie Europa oder Deutschland oder Australien oder Kanada handeln kann. Das sind die naturwissenschaftlichen Fakten, dass es eben so ist, dass das alles eine Bereicherung sein kann, aber das ist eben für den Rechtsradikalen, den Rechtsextremen nicht denkbar, der ist eben da auch wieder total antinaturwissenschaftlich und sieht gar nicht, dass er eher einer genetischen Verarmung seines Volkes das Wort redet und dass eigentlich das Problem, worüber sich eigentlich die Rechtsradikalen so aufregen, dass das in Wirklichkeit ja in erster Linie niedrig qualifizierte, bildungsferne Zuwanderer sind, die auch natürlich sich weder integrieren noch assimilieren wollen teilweise, denn da sie sozusagen nicht hochqualifiziert und hochgebildet sind, halten sie ihre eigene Ideologien, ihre eigenen Denkweisen für das Maß aller Dinge und gehen sogar dahin, dass sie der der europäischen Ursprungsbevölkerung eigentlich ihre Normen und Werte aufzwingen möchten, weil sie da sozusagen völlig unreflektiert sozusagen ihr Ding, ihr ungebildetes, unqualifiziertes, niedrig qualifiziertes, und antinaturwissenschaftliches Weltbild sozusagen der europäischen Restbevölkerung aufoktroyieren möchten und überstülpen möchten. Das ist sozusagen ein Problem, das ist ja lösbar, denn das macht ja jeder vernünftige Staat auf der Erde, versucht ja ganz klar nur noch, also Australien, England jetzt mit seinem neuen Gesetz, USA und alle Länder lassen ja nur Leute rein. Ich glaube sogar China lässt nur Leute rein, die eben hochqualifiziert sind, die ein Unternehmen mitbringen oder irgendwas und damit also sozusagen die durchschnittliche Leistungsfähigkeit, den Mittelwert der Leistungsfähigkeit des jeweiligen Staates nach rechts bewegen, also in Richtung steigende Leistungsfähigkeit und damit eben man einigermaßen mithalten kann mit der weltweiten Konkurrenz. Ja, also sozusagen die Rechtsaußen, Rechtsradikalen, also wie gesagt mit Teilen der AfD, das ist eben auch völlig unrealistisch und unwissenschaftlich und krank und da steckt meistens auch eine Verherrlichung des Kapitalismus und eine Verherrlichung der Marktwirtschaft drin. Dann haben wir hier sozusagen die gemäßigte Rechte sozusagen, auch die intellektuelle Rechte, die eben Dr. Markus Krall, Prof. Max Otte, finde ich im Moment am Internet am meisten vertreten. Dr. Markus Krall hat jetzt wohl gerade bekommen oder wird bekommen den Roland-Bader-Preis. Da geht es ja wohl um diese österreichische Ökonomieschule, Hayek und von Mises, also sozusagen völlig unrealistische, Pseudo-wissenschaftliche, werde ich gleich erläutern, unrealistische, sozusagen Denker über Wirtschaft sozusagen, eine völlig naive Verherrlichung von jeder Marktwirtschaft, sozialen Marktwirtschaft und dem Kapitalismus. Also quasi so eine Art neoliberales, alles noch schlimmer machen und darin aber die Lösung sehen. Ja, also Dr. Markus Krall sieht ja auch sozusagen, er behauptet ja so, dass die extreme Schere zwischen Arm und Reich ja nur deswegen so weit auseinandergegangen sei, weil eben zu viele Eingriffe in den freien Markt erfolgt seien und so weiter. Ja, kann man drüber nachdenken. Übrigens, Dr. Krall steht ja im Moment auch in der Kritik, also die gemäßigste Rechte, intellektuelle Rechte steht ja in der Kritik auch, weil er natürlich eine Änderung des Wahlrechts vorgeschlagen hat, aber weil er eben auch nicht versteht, dass es gar nicht nötig ist, sozusagen das Wahlrecht zu ändern, wenn man das System richtig ändert, sozusagen. Und dann haben wir hier in der Mitte eigentlich nur eine einzige Instanz noch. Wir haben nur noch eine einzige Mitte in der Welt und das sind die hier, die 24 Professoren und Doktoren des World Council of Wise People unter Abteilung 2. Scientists for Future 2 geschrieben, 2 Punkt bei Google eintippen, 2 Punkt Scientists for Future II, die I, zwei große I für Römisch 2. Das ist die Mitte der Welt im Moment, die einzige Mitte, die wir noch haben und die also sozusagen, ja, also einfach hier, wo der Weg durchführt, da würden wir zum Ziel kommen. Hier die Leute laufen ja auch den Weg der Mitte da rein, die weder links außen noch links gemäßigt, noch rechtsextrem und rechts gemäßigt, sozusagen, sondern es gibt nur eine wissenschaftliche Mitte in der Welt und das sind die zweiten Scientists for Future II. So, und wie unterscheidet sich deren Konzept von all diesen, von diesen vier antinaturwissenschaftlichen Außenkonzepten, links außen und rechts außen, wie unterscheidet sich sozusagen, um das nochmal deutlich zu machen hier, wie unterscheidet sich der Weg der Mitte, der naturwissenschaftlichen Vernunft von diesen ganzen Ideologen, das rechts außen und das links außen, die kein Weg sind, sondern der Weg führt nur hier lang, das ist übrigens wohl das europäische Parlament, der Eingang, hier das Parlament von innen, ja, dieser Weg der Mitte hier, nur da ist eine Tür auf, da haben wir eine Chance und warum? Also, da gehen wir nochmal kurz in die Wissenschaft rein, in die mimetisch-genetische Evolutionsanalyse-Technik der neuen, echt naturwissenschaftlichen Volkswirtschaftslehre NVWL, der zweiten Scientists for Future II. Also, erst einmal müssen wir dem ganzen rechten Lager die Absage erteilen, Marktwirtschaft, soziale Marktwirtschaft, Kapitalismus ist ein Killer, sonst nichts. Da haben die Linken manchmal recht, die links außen sogar in ihrer Ahnung recht, dass irgendwas nicht stimmt und schlecht ist mit dem Kapitalismus und der sozialen Marktwirtschaft. So, schauen wir es uns an. Hier haben wir einen Händler vor 400.000 bis 300.000 Jahren, den ersten Tauschhändler der Evolution und den zweiten Tauschhändler der Evolution. Das könnte sich auch um den hundertsten und den zweihundertsten handeln, darüber wollen wir nicht streiten, um so unwichtige Kleinigkeiten. Dieser Händler hier, sozusagen hier genau ist er ja, der verkauft gesunde, reife Früchte, herrliches Gemüse und vielleicht Steinexte, mit denen man Gemüse im Boden besser ausbuddeln kann und vielleicht Früchte auch besser abhacken kann auf den Bäumen und so weiter. Und der sozusagen sagt, Leute, ihr müsst euch weiterhin von dieser Naturnahrung ernähren, weil ihr seid darauf genetisch angepasst und so weiter. Es wäre schädlich, irgendwas anderes zu machen. Und der erzählt so Sachen wie, ja, ist doch toll, dass ihr in euren Kommunen so viel Liebe habt und so viel Körperkontakt und so viel Schmusen und dass die Babys jahrelang gestillt werden und dass es ein liebes, liebes Schmusekontakt zwischen Mutter und Kind ist und dass ihr so viel Liebe und Abwechslung in der Liebe habt in euren Kommunen, das ist doch alles ganz toll und so weiter. Er bestärkt eher noch als Händler sozusagen die Kommunen in ihrer Lebensweise. Dieser Händler wird immer relativ wenig Umsatz machen, der wird relativ wenig verkaufen, denn er greift nicht manipulativ in die Gehirne der Bevölkerung ein und erzeugt in ihnen keine künstliche, pathologische Konsumsucht, Kaufsucht, keine Waffenkaufsucht. Er hetzt die Menschen nicht zu kriegen auf, kann deswegen nicht besonders viele Steinexte verkaufen und so weiter. Und der wird dann irgendwann, nach drei Generationen, wird irgendeines seiner Urenkelkinder dann den Laden schließen. Warum? Weil eben jeder Tauschhändler ab dem ersten Tag der Erfindung des Tauschhändels im Wettbewerb zu allen anderen Tauschhändlern der Welt steht, eben Marktwirtschaft, Kapitalismus und so weiter. Und dieser Händler hier ist sozusagen, irgendwie entwickelt er verschiedene Irrtümer, also irgendwie hat er Gedanken, die nicht ganz realistisch sind, Errare humanum est, Irren ist menschlich. Und er entwickelt solche Ideen wie, ach ja, das ist völliger Quatsch da mit dieser naturbelassenen Nahrung. Das ist natürlich jetzt zeitlich viel später, aber ich presse jetzt also mal die zeitliche Skala ein bisschen zusammen. Ein Schluck Wasser wieder. Also dieser Händler hier, einer der frühen Tauschhändler sozusagen, entwickelt solche Ideen wie, ja, also Nahrung, nee, da kann man auch billige, erstens habe ich ja das Transportproblem, das Zeug muss ja irgendwie frisch bleiben, da können wir doch Massen an Konservierungsmitteln reintun, Salz zum Konservieren und so weiter. Och, und wir können in andere Produkte, können wir einfach Zucker reintun, das täuscht dann vor, als handelt es sich um süße, reif geerntete, echte Früchte und so weiter. Dann können wir als Streckmittel Zucker nehmen, dann können wir als Streckmittel Transfette nehmen und Konservierungsstoffe, Farbstoffe und, 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 alles mögliche Chemie, ganz später dann die ganze Chemie wird dazu genommen und dann erzeugen wir halt so einen Chemie-Cocktail und den nennen wir dann Nahrung und den nennen wir Essen oder nennen wir Lebensmittel. Die Sachen lassen sich mit der Hilfe der Chemie ungeheuer billig herstellen, dadurch habe ich quasi fast keine Kosten bei den Produkten. Die Produkte kosten alle nur ein paar, also nur ganz wenig und ich kann riesige Massen anbieten und kann dann eine riesige Gewinnspanne erzielen, wenn die Leute auf meine Produkte reinfallen und so weiter. Und Menschen sind sehr suggestibel, die fallen auch erstmal auf alles rein und lassen sich auch alles andrehen, denn der Mensch hat genetisch erstmal eine grundsätzliche Vertrauensseligkeit gegenüber den Artgenossen, denn in diesen liebevollen Kommunen, wo es so pazifistisch und so friedlich und so liebevoll zugeht und so kooperativ und hochsozial zugeht, da vertraut man den Kommunikationen der Artgenossen und ist also gegenüber diesen gewinnbringenden Irrtümern hier extrem aufgeschlossen. Ja, und dann solche gewinnbringenden Irrtümer, ja, also bringt er dann noch wie, ach nein, eine Kommune hat letztens die andere nachts überfallen und totgeschlagen, dadurch erzeugt er in den Köpfen der Menschen große Ängste und jetzt kaufen sie ihm plötzlich schlagartig ganz viele Steinexte ab, weil sie jetzt zum ersten Mal darüber nachdenken, sich eventuell gegen andere Gruppen schützen zu müssen und dann vielleicht sogar über Präventivkriege nachzudenken, schlagen wir die anderen Kommunen tot, bevor sie uns totschlagen können und so weiter. Auf jeden Fall gewinnt zum ersten Mal solche Ideen Raum und das alles ist das Ergebnis der sozialen Marktwirtschaft, denn dieser hier wird jetzt so viel Umsatz machen und so viel verkaufen, dass er viele Kinder ernähren kann und hier seine Kinder wieder auch wieder viele Kinder ernähren können und dann aus ihm heraus eine ganze Handelsdynastie geboren wird und sich vermehrt und so weiter. Manchmal dauert es ein paar Generationen, bis es dann explodiert und so weiter und dieser hier, der muss seinen Laden schließen, weil er marketingmäßig, werbungsmäßig vom Glitzern her sozusagen, von der Blendung der Bevölkerung her nicht mithalten kann mit diesem irrtumstragenden Händler, der also ein Irrtumsmem nach dem anderen glaubt und selbst davon überzeugt ist und das dann auch entsprechend seine Märchen erzähle, seine Werbeabteilung, seine Marketingabteilung und seine Werbefirmen und so weiter, Werbepartner bringen all diese Ideologien, also diese gewinnbringenden Irrtümer rüber und dieses Teufelsding, also dieses, diese alles Zerstörende und unser aller Leben, das Leben unserer Milliardärskönige, wo sind sie, das Leben unserer Milliardärskönige, total Zerstörende, also die Milliardärskönige werden durch die Marktwirtschaft, durch den Kapitalismus gewinnen sie zwar einerseits Geld, aber sie werden total in ihrer Gesundheit geschädigt und ja, weiter im nächsten Video. Ja, sie werden total in ihrer, die Milliardärskönige werden also in, wie gesagt, die Videos gehören zusammen, das letzte Video und dieses Video, also die Milliardärskönige, da war ich gerade stehen geblieben, werden total geschädigt sozusagen in ihrer Gesundheit, in ihrer Langlebigkeit. Professor Sven Völpel, der Altersforscher, so seine Hinweise kann man verdichten, als dass uns eigentlich ein gesundes Leben bis 127 Jahre zusteht. Da kann sich jeder ausrechnen, wann seine Eltern gestorben sind und auch jeder Milliardär sich klar machen, wann seine Eltern gestorben sind und das ist immer ganz deutlich vor den naturgegebenen 127 Jahren und das macht der Kapitalismus mit den Mechanismen, ich habe ja gerade geschildert, wie also eben unsere erfolgreichen, Irrtumsmem-tragenden Lebensmittelkonstrukteure sozusagen uns alle vergiften und uns alle krank machen und dann kommen noch die Schamanen dazu, die dem Ganzen noch ein Rechts geben, der hier sagt, hier bloß keine künstlichen, angeblichen Zaubertränke und Heiltränke und so weiter, esst gesunde Sachen, dann werdet ihr einfach gesund bleiben und bewegt euch viel und so weiter und hier diese Händler hat dann als Unterabteilung auch einen Schamanen, eine erste Apotheke und so weiter und dann, nein, ihr braucht, um gesund zu bleiben, müsst ihr möglichst viele von den Medikamenten kaufen, obwohl die in Wirklichkeit uns dann zusätzliche Chemie, zusätzlich zu der Ernährungschemie, kommt dann auch noch die angeblich kurative Chemie, die uns dann also noch früher den Rest gibt, wie er Dr. Medgerd Reuter mit TH in seinem letzten Internet-Video-Vortrag ja auch nachgewiesen hat, anhand der harten Daten des Statistischen Bundes- und Wahlamtes Wiesbaden. Es ist also als bewiesen zu erachten, dass uns unsere Medizin umbringt und zwar immer früher in den letzten Jahren wieder. Also unsere Lebenserwartung ist ja gerade wieder rückläufig in mehrerer Hinsicht. Gut, dann haben wir also sozusagen, ja, ich wollte ja den Weg der Mitte, der zweiten Scientist for Future 2 von The World's Council of Wise People vertiefen. Dann bin ich hier, wo bin ich? Ja, also schauen wir es uns nochmal an. Also hier, ach nein, das schönste Bild ist doch dieses hier. Also, dieses Ganze, also Dr. Markus Krall, Professor Max Otte, der ja ein bisschen gemäßigter ist noch als Dr. Markus Krall. Also hier diese rechtsgemäßigten, die intellektuellen rechtsgemäßigten mit der österreichischen Schule, die wollen uns also mehr von diesem alle uns schwer schädigenden und wie gesagt, unsere Milliardärskönige, deren Gesundheit total beschädigenden Marktwirtschaft, sozusagen mehr von diesem Kapitalismus, der also unsere Milliardärskönige gesundheitlich ruiniert, nicht ganz so sehr wie die ärmeren Schichten, die also den ganzen Fraß unserer, den ganzen krankmachenden Lebensvergiftungs-Fraß der Supermärkte sozusagen völlig unreflektiert in sich reinstopfen, aber da sind natürlich die, unsere Milliardärskönige etwas differenzierter und fressen nicht jeden Sondermüll unserer Supermärkte, sozusagen nicht jeden Chemieindustrie-Sondermüll und Sonderabfall unserer Supermärkte, sondern die sind da etwas vernünftiger, weil sie ja auch intelligenter sind im Durchschnitt und so weiter. Ja, aber trotzdem wird also die Gesundheit, die Langlebigkeit und das Lebensglück total zerstört. Und das vielleicht, das gibt uns jetzt den Rest, also sozusagen hier, dieser Händler sagte ja so, ja, ist doch toll, wie ihr lebt in euren liebevollen Kommunen mit so viel sexueller Abwechslung und mit so sexueller Vielfalt und wie toll es ist, wenn die neuen jungen Frauen als neue Mitglieder eurer Kommune zu euch stoßen und eure Töchter in andere Kommunen gehen und so weiter und dann dort neu zu den Gruppen stoßen und da Hochzeiten sind Hochzeiten, wenn die jungen Fräuleins sozusagen sich liebesmäßig in die neue Kommune einlieben und so weiter. Ach, wie herrlich und wie schön und so weiter. Und dieser Händler, der sagt, ach nein, ist das eklig, dieses ganze Geschmuse und dann diese jungen Frauen, die die Gruppen verlassen und in die andere Kommune gehen und sich dort einlieben, ach wie eklig, das sind ja noch Minderjährige, ach, wir könnten das tun, also Sex muss verboten sein, mindestens bis zum 18. Lebensjahr sollte das verboten sein und der Mensch, nein, der Mensch ist nur anständig, wenn er sich alles verbietet und man sich gegenseitig verspricht, sich alles Liebesmäßige zu verbieten, außer in der einen Ehe, in der einzigen eben monogamen Ehe sozusagen und Schluss mit all diesen Gruppenehen und diesen lebenslangen Liebesbeziehungen mit vielen und so weiter. Nein, ein Ehe, das ist das einzig Wahre und ist das eklig, dieses viele Geschmuse und dieser viele Sex und dieser viele Körperkontakt und eklig, dieser Körperkontakt zwischen Mutter und Kind, das ist ja sexueller Kindesmissbrauch, wenn die Mütter die Kinder so lange stillen und so lange zärtlich sind mit den Kindern und so weiter. Ja, und so raubt er dieser Händler mit seinem Irrtümern an, die er festglaubt, die er einfach als Kap, er glaubt einfach an diesen Irrtum und gerade der, der zufällig diesen Irrtum glaubt, der wird der erfolgreichste beim Aufbau einer Handelsdynastie, weil er am meisten Kinder ernähren kann, weil die Leute, die ihm zuhören und seinen Märchenerzählern zuhören, seinen Werbefirmen zuhören, seinen Marketingfirmen, Abteilungen zuhören, die kriegen ganz viel Angst vor dem vielen Geschmuse und dem vielen Körperkontakt, schränken ihre Sexualität ein, sagen, ach nein, ich habe ja gar keine Bedürfnisse, ich habe ja gar keine sexuellen Bedürfnisse mehr, deswegen bin ich auch mit der Monogamie voll zufrieden, mir reicht es völlig, zu konsumieren und die Menschen werden dann kaufsüchtig, der Spiegel hat mal davon gesprochen, von der sozusagen, dass die Erotik der Küche in der Monogamie die Erotik des Schlafzimmers ablöse, nur nach wenigen Jahren und so wird es dann auch, das heißt, die Erotik der Küche heißt, die kulinarische Konsumsucht sozusagen breitet sich aus, das Essen gehen wird wichtiger, als das Miteinander schlafen und so weiter, ja und so, so raubt die Marktwirtschaft, gerade die werden die Erfolgreichsten, die an irgendwelche verrückten Irrtümer glauben und dadurch das Glückserleben der Menschen am stärksten einschränken, also auch das Liebesglück und das Lebensglück unserer geliebten Milliardärskönige drastisch einschränken und zerstören und so weiter und deswegen gibt es ja auch einige unter den Reicheren, die dann so wahnsinnige Taten tun, wie also irgendwie junge Leute, junge Frauen oder junge Kinder vergewaltigen und so weiter, weil sie ja eben dadurch, dass der Kapitalismus, die soziale Marktwirtschaft uns ja allen die natürliche, das natürliche Lebensliebesleben geraubt hat, kommt das natürlich dann auch zu kranken Gewalttaten gegen junge Leute und Leute werden vergewaltigt und sexuell missbraucht und so weiter, aber das ist ja alles die Folge, die direkte Folge der sozialen Marktwirtschaft und die direkte Folgeerscheinung des Kapitalismus sozusagen, dass natürlich, wenn ich eine Sache total unterdrücke, auch in den Kirchen, wenn ich nur daran denke, wie viele Priester, also sexuellen Missbrauch mit Knaben und Mädchen betreiben sozusagen, ja, dann sieht man, dass eben diese ganze Unterdrückung natürlich, dass die Natur sozusagen, dass man den Deckel auf der Natur, der genetischen Natur von Lebewesen eben nicht draufhalten kann, da passieren dann immer irgendwelche verrückten Dinge, also das sehen wir ja überall. Ja, und so ist es also so, dass hier unsere Rechtsextremisten und die Rechtsgemäßigen, also das Rechtsaußenlager, also diesen teuflische Marktwirtschaft, diesen teuflischen Kapitalismus verherrlichen. Bei den Rechtsaußen gibt es vielleicht auch einige, Dr. Krall spricht ja als Gemäßigter von einer bürgerlichen Revolution, meint dabei natürlich selbstverständlich eine friedliche Revolution, während hier bei den Rechtsaußen gibt es sicherlich auch einige, die vielleicht sozusagen irgendwelche Reichen, wahrscheinlich dann irgendwelche Reichen, Juden gerne totschlagen wollten und so weiter und irgendwelche Reichen, Kapitalisten, also auch dort gibt es dieses Totschlagen und genauso wie Linksaußen sozusagen diese Verfassungsfeinde, also das sind ja die ganz offen, Rechtsaußen und Linksaußen, das sind ja unsere Verfassungsfeinde, die wollen das Problem nicht mit Wissenschaft und Erkenntnis und Aufklärung lösen, sondern mit Totschlagen erschießen und so weiter, wie die letzten. Und dann die Gemäßigten wollen das im Rahmen der Verfassung lösen, aber eben auch mit völlig untauglichen Mitteln und so weiter und die wollen sozusagen, die stehen in der Gefahr, die Kompetenten und die Fähigen aus dem Lande herauszutreiben, also wo ist es, also quasi die Anstatt die Fähigen und Kompetenten ins Land zu holen, weil sie ja denken, alle sind gleichfähig, also deswegen sozusagen, jetzt wird ja auch spekuliert, dass man vielleicht die Kinder und die angeblichen Jugendlichen ins Land lassen will, weil man dann irgendwie die Illusion hat, die könnte man noch bilden und dadurch Hochqualifizierte erzeugen im Lande. Ja, das ist also diese Linksaußen, die gemäßigte linke Ideologie sozusagen. Und ja, man sollte jetzt wo die, in Griechenland die Horden aus der Türkei quasi mit Gewalt gegen die europäische Grenze anstürmen, da sollte man doch die Frauen und Kinder aufnehmen, weil die ja noch bildbar wären und so weiter. Wahrscheinlich hat man das als Gedanke im Hintergrund. Aber wenn es sich genetisch, wenn diese Menschen genetisch überwiegend aus diesem Bereich stammen, dann gilt leider das Naturgesetz, dass der Apfel nicht allzu weit vom Stamm fällt. Natürlich gibt es immer Mutationen, Rekombinationen, Variationen des genetischen Materials, selbstverständlich, denn das Genom ist ja ein Ungleichheitsgenerator sozusagen und generiert Ungleichheiten. Ungleichheiten, aber es passiert selten, dass jemand, der genetisch hier liegt, dass seine Kinder eine Mutation haben, die genetisch dann hier liegt. Das passiert eben äußerst selten. Und deswegen ist dann das Problem, dass man mit der besten Bildung der gesamten Welt, wir haben natürlich eine katastrophale Bildungssituation, weil wir ja auch die Bildungsreform der zweiten Scientist for Future 2 noch nicht haben, die aus unserem Bildungssystem endlich zum ersten Mal wieder ein Bildungssystem macht. Aber auch bei der besten Bildung der Welt können Sie aus Menschen, die genetisch eher aus diesem Bereich stammen, können Sie nichts erreichen. Versuchen Sie mal ein Kind mit Trisomie 21 oder Down-Syndrom, früher Mongolismus genannt. Versuchen Sie doch mal hier, dann hier jemand mit einer beruflichen Leistungsfähigkeit aus diesem Bereich herzustellen. Das werden Sie auch mit der besten Bildung nicht schaffen. Da setzt die Genetik, das Genom mit der Trisomie 21, setzt da einfach Grenzen. Absolute Grenzen auch. Und ja, das ist der Gang der Dinge. Also das heißt, die Linksgemäßigen treiben sozusagen unsere Kompetenten aus dem Lande und glauben, dass eine Zuwanderung aus diesem Bereich jederzeit in der Lage wäre, unsere Fachkräfte hier ersetzen zu können, was aber eine antinaturwissenschaftliche Illusion darstellt. Ja, dann komme ich mal, glaube ich, langsam zum Ende, denn ich glaube, ich habe alles Wichtige gesagt. Also sozusagen totale Verfassungsfeinde und hochkriminell, die Rechtsaußen und die Linksaußen höchst gefährlich. Irgendwie da müssen wir knallhart durchgreifen. Aber auch mit denen reden. Was ich ja mache, ist ja, ich habe ja gerade versucht, diesen Menschen auch Vernunft klar zu machen, dass ihr Denken völlig unrealistisch ist und dass sie quasi auf Verführer, auf Ideologen, auf Ideologen von Rechtsextrem und Linksextrem reingefallen sind. Karl Marx ist ja auch nichts anderes als ein ideologischer Hetzer. Seine Analyse unterschätzt erstens die Gefährlichkeit des Kapitalismus und all diese Leute. Da gibt es ja, was weiß ich, Professor Mausfeld hier links außen und so weiter, der ja auch irgendwie mit der Revolution liebäugelt. Da gibt es ja lauter solche Hetzer im Linkslager, auch im Internet und so weiter. Mr. Marxismo hatte ich ja genannt und so weiter. Ja, also es ist alles verrückt. Und auch die gemäßigte Linke und die gemäßigte Rechte, Dr. Markus Krall mit seiner friedlichen bürgerlichen Revolution, das können Sie auch alles vergessen. Ich habe ja jetzt aufgezeigt, dass es sich um ein Antinaturwissenschaftliches und anti-echt naturwissenschaftlich-volkswirtschaftliche Lehre, also das, was die österreichische Schule sozusagen, dieser Neoliberalismus ist. Das ist einfach auch nur völliger Bildungsmangel, völliger Wissensmangel und völliger Intelligenzmangel. So, und dann haben wir hier den Weg der Mitte, die zweiten Scientist for Future 2. Ach so, ganz kurz ein paar Worte natürlich zur Lösung. Wie beendet man denn diesen grausamen Kapitalismus, den ich ja eben hier geschildert habe, der uns Lebensglück, Lebensqualität, Gesundheit, Langlebigkeit raubt, ohne Ende auch den Milliardärskönigen raubt und wegstiehlt? Wie sieht der Weg der zweiten Scientist for Future 2 aus? Ja, ganz kurz dazu. Ja, zum Beispiel wäre ja ein mögliches Lösungsmodell, das so die Grundidee der Professoren am besten verdeutlicht, wäre die Einführung einer Wohlfühlnotenwahlstimme, gekoppelt mit meinen Gesundheitskosten, sodass also dann, wenn ich mich wohler fühle, wenn ich mich bewege in Richtung bessere Wohlfühlnoten und meine Gesundheitskosten zurückgehen, ich seltener wegen Krebs repariert werden muss, als bei meiner familiären Vorgeschichte zu erwarten gewesen wäre, statistisch, dann gibt es Verdienstzuschläge für mein Hausarztteam mit seiner Gesundheitskommune der Zukunft und dann gibt es Verdienstzuschläge für meinen Supermarktleiter, Bio-Supermarktleiter oder was auch immer. Und dadurch werden diese alle dahin gelenkt sozusagen, dass sie mit diesem Ganzen, was ich vorhin geschildert habe, mit diesen ganzen giftigen Lebensmitteln aufhören sozusagen. Also der, der heute giftige Lebensmittel mir antritt, der wird dann in einen Aus, das wird alles umgedreht sozusagen, er wird in einen Aussterbensprozess gebracht sozusagen. Und diejenigen, die uns die Wahrheit bringen und sagen, nein, wir müssen uns beschränken auf herrliche, rückgezüchtete, den Ursorten ähnlichere, herrlichste, superreiche, reife Früchte, vielleicht müssen wir Gewächshäuser als neue Supermarktrestaurants herstellen, indem man dann direkt die herrlichsten reifen Früchte der Erde essen kann und so weiter und herrliche, frische Gemüse ohne jegliche Glyphosate, das habe ich vorhin ganz vergessen, diese ganzen Gifte wie Glyphosat und Pestizide und Fungizide und so weiter, diese ganzen Giftcocktails, mit denen unsere Milliardärskönige und wir alle auch vergiftet werden und so weiter. Das hört dann auf, weil da gibt es keine Verdienstzuschläge mehr und dann kriegen nur noch die Verdienstzuschläge, die messbar unsere Gesundheit und unser Wohlergehen, unser Gemeinwohl gefördert haben und das Wohlergehen unserer Milliardärskönige gefördert haben hier und so weiter. Nur noch die werden Gewinnzuschläge bekommen und so weiter. Und dann ist das Problem ja im Prinzip gelöst, das Menschheitsproblem ist gelöst und wodurch, weil wir eben uns nicht diese ganzen pseudowissenschaftlichen Ideologen uns weiter belügen lassen mit ihren Irrlehren, von Dr. Markus Kralls bürgerlicher Revolution zu Prof. Max Ottes noch etwas gemäßigterer Position. Diese ganzen Irrlehren, diese ganzen pseudowissenschaftlichen, ja klassisch volkswirtschaftlichen, pseudowissenschaftlichen Irrlehren sozusagen, dass wir uns davon nicht mehr in die Irre leiten lassen, sondern uns halten an die echte Wissenschaft. Kopernikus, Kepler, Galilee, Newton, ein bisschen Stephen Hawking aktueller, Gregor Mendel, Wallace und Charles Darwin und an die zweiten Scientists for Future 2, die direkten Nachfolger und hier die aktuellen Nachfolger derer von weltweit und dann die ganze Palette der zweiten Scientists for Future 2, der eben der neuen Galilies dieser Erde. Und ja, gut, da haben wir das, die Lösung. Ja, ich glaube, jetzt ist deutlich geworden, es gibt also eine wissenschaftliche Lösung, wir brauchen uns nicht mehr von diesen ganzen Verführern und Pseudowissenschaftlern sozusagen in die Irre zu führen, führen lassen vom Linksaußenbereich nicht und vom Rechtsaußenbereich nicht. Es gibt den Weg der Vernunft und so weiter und es gibt den Weg der Vernunft, es gibt eben auch die zweiten Scientists for Future 2, haben natürlich auch familienpolitische Vorstellungen oder beziehungsweise bevölkerungspolitische Vorstellungen, die dazu führen, dass wir wieder viele Kinder im Hochleistungsbereich bekommen werden und natürlich dann auch ein tolles Bildungssystem, das sozusagen und dass wir eben auch eine, ja, also wieder eine hochleistungsfähige europäische Gesellschaft werden und dann Professor Hans-Werner Sinn, der ja auch neben seinem Pseudowissenschaftlichen Volkswirtschaftslehre auch durchaus einige vernünftige Gedanken hat, Professor Hans-Werner Sinn hier, der sicherlich auch zu dem gemäßigten Rechtenbereich gehört, wie auch der Professor Schmidt von dem, ja auch sicherlich hier in diesem naiven, gemäßigten Pseudowissenschaftlichen Bereich gehört mit seinem Rat der Wirtschaftsweisen der Bundesregierung, die sogenannten, glaube ich, fünf Wirtschaftsweisen und so weiter, der ja bei Fridays for Future und Greta Thunberg auch sogar eingeladen war, seine Ideologie verbreiten zu dürfen sozusagen. Ja, also die Lösung liegt also nur in der Mitte, in der Vernunft, in der Anwendung, der Spitze der weltweiten Naturwissenschaft auf die Evolution von Gesellschaften und Wirtschaftssystemen und in dieser neuen naturwissenschaftlichen Volkswirtschaftslehre. Liebe Leute, hier diese Kanäle zu abonnieren und so weiter, da liegt der einzige Weg zur Lösung und zur Wahrheit und zum Glück und zur Gesundheit und zur Langlebigkeit für unsere Milliardärskönige, aber auch für jeden einzelnen Menschen. Und da liegt die Lösung aller Probleme, die all diese anderen hier linken, dass der Linksaußenfraktion und die Rechtsaußenfraktion niemals erreichen werden können. Alles klar. Dankeschön. Tschüssi. Gestern hatte ich ja noch vergessen, das Thema der Überbevölkerungsproblematik zum Abschluss zu bringen. Ja, also sozusagen, was machen wir dagegen, dass der Kapitalismus, die soziale Marktwirtschaft, also eine Körperfeindlichkeit mit sich gebracht hat, dadurch die Mütter und Kinder nicht mehr miteinander nicht mehr genügend intensiv in Stillkontakt und Schmusekontakt stehen, dadurch es sozusagen das Signal wegfällt, es ist schon ein Kind da, bitte jetzt Empfängnisverhütung, Körper bitte Empfängnisverhütung schalten, ja sozusagen. Und dass wir da als Lösung eben auch darüber nachdenken müssen. Erstens müssen natürlich die Zärtlichkeit zwischen Mutter und Kind wieder so drastisch erhöht werden wie früher im Naturzustand, dass es zur natürlichen Empfängnisverhütung kommt. Das wäre der Idealfall sozusagen. Natürlich wollen wir niemandem auch verbieten, sich die Chemie-Cocktails oder die Verhütungsmittel der ganzen kapitalistischen Industrie zu sich zu nehmen. Kann natürlich auch jeder. Aber wir müssen auch das Recht schaffen, dass jede Mutter vielleicht, so wie es die naturnäheren Völker machen, jede Mutter hat nach der Geburt ungefähr 24 Stunden Zeit, sich zu entscheiden, ob das Kind angenommen wird oder durch eine, zum Beispiel, vielleicht gibt es ja den Weg einer Morphiumölung und so weiter, glückselig sozusagen ausgesetzt werden kann, also in einen sanften, völlig leidfreien Sterbeprozess gebracht werden kann. Denn das ist einfach, das sind die zwei Mechanismen, die wir in der Natur haben. Wir haben in der Evolution sozusagen, die Evolution ist natürlich nicht so dumm, die hat Mechanismen gegenüber Bevölkerung entwickelt, wo es sinnvoll ist. Und bei großen Säugetüren ist das äußerst sinnvoll. Und gerade bei so Kooperativen und Friedlichen. Und die zwei Mechanismen sind eben intensiver Körperkontakt zwischen Mutter und Kind, möglichst viele Jahre lang. Und das führt dann zu einer viele Jahre lang, wenn es wirklich ganz intensiv ist, wirklich zu einem Ausbleiben der Empfängnisbereitschaft, sodass dadurch die Bevölkerung zurückgeht. Und selbstverständlich hatten in der Natur jedes Säugetier zum Beispiel, ja, also ich will jetzt nicht die Schweine erwähnen, die, also wenn sie bevölkerungspolitisch irgendetwas falsch sehen bei dem Wurf, den sie haben, dann fressen sie den einfach auf. Das heißt, das gehört zum Leben dazu, dass nicht jedes Kind, das geboren wird, auch zum Überleben gedacht ist, sondern da wird auch manchmal entschieden, dass es besser sterben sollte. Also von daher nachdenken, 24 Stunden Zeit nach der Geburt, ob man ein Kind annehmen will als Mutter oder nicht. Freiheitsrecht. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020